Die Verzweiflung in der Beauty-Branche ist groß. Absolut verständlich, wir sitzen einfach auf Eis. So haben zumindest viele das Gefühl. Der Lockdown wird wieder verlängert und schon wieder wird gehofft und wieder wird er verlängert. Und es ist letztendlich kräftezehrend. Wir merken, dass teilweise die Hilfen nicht bei uns ankommen. Wir sind verzweifelt, wir sind wütend auf die Regierung, auf die Beschlüsse darüber, dass wir hingehalten werden. Viele fühlen sich auch im Stich gelassen. Jetzt kochen natürlich gerade Wut, Traurigkeit, Verzweiflung, die Gefühle kochen über. Das heißt, es kommt natürlich auch zu Demos. Man versucht irgendwie jetzt ja auch seine Aussprache, Gehör zu verschaffen. Man wendet sich an die Bundesregierung, man wendet sich an andere, man tauscht sich in Gruppen darüber auf. Ja, man beschwert sich auch ein bisschen oder man jammert auch ein bisschen. Man hat einfach das Gefühl, okay, man wird hier einfach im Stich gelassen. Viele verschwinden jetzt in ihrer Emotion. Viele vergessen dabei ihr Business, sehen nicht die Chancen, weil sie gerade in der Emotion drin sind. Die Emotion vernebelt letztendlich deine Sinne. Ja, wir wissen, es ist schlimm, es ist auch nicht schön zu reden. Aber in jeder Krise gibt es auch Chancen und in jeder Krise gibt es Möglichkeiten. Und vor allen Dingen, wir haben ein großes Geschenk bekommen, auch wenn wir es nicht gewollt haben, nämlich Zeit. Zeit, Zeit, auch Dinge umzusetzen. Zeit, uns auf Dinge zu besinnen. Zeit, auch einfach unser Business mal zu überdenken. Denn viele verlieren jetzt nämlich wirklich die relevanten Dinge aus der Sicht. Sie vergessen ihre Kunden dabei, die sich auf deine Expertise verlassen. Sie verlieren die Chancen aus dem Sicht. Sie verlieren die Positivität auch in dieser Möglichkeit, in dieser Situation aus der Sicht. Sie sind verschleiert, verschleiert durch die ganzen Emotionen, die hochkommen. Sie demonstrieren, sie lenken sich ab mit Organisationen, sie lenken sich ab, indem sie sich austauschen. Sie lenken sich aus, indem sie sich ihre Emotionen bestätigen lassen durch Gruppen auch, wo man sich natürlich jetzt schön austauschen kann. Und sie vergessen dabei, dass letztendlich das Glück jedes Einzelnen nicht in der Hand der Regierung liegt, sondern in deiner eigenen Hand. Das heißt, du hast letztendlich die Möglichkeit, jetzt deine Situation zu ändern, und zwar zum Besten. Jetzt denken sich natürlich viele, ja, aber das geht ja gerade, ist nichts möglich. Ja, klar, weil du in einer Emotion drin bist. Und die Emotion lässt sich natürlich auch nicht klar denken. Wir merken aber auch in den Gesprächen mit vielen Selbstständigen oder in unserer kostenlosen Beratung, dass viele einfach schon die Möglichkeiten sehen, aber gar nicht wissen, wie sie dorthin kommen. Weil sie gerade sich noch ablenken, weil sie den Fokus nicht klarstellen können, weil sie einfach keine klare Sicht haben auf die Möglichkeiten, nicht wissen, wie sie es umsetzen können, sich jahrelang damit nicht beschäftigt haben, sie jetzt einfach hilflos fühlen. Dieses Gefühl der Hilflosigkeit bei vielen Selbstständigen ist gerade enorm groß. Und das führt natürlich auch dazu, dass man einfach natürlich ganz gerne mal mit dem Finger auf andere zeigt oder sich einfach auch mit Ausreden erstmal abspeist, um vor allem auch nicht klar zu werden, dass eigentlich man ja schon jahrelang hätte handeln müssen, um jetzt natürlich auch davon zu profitieren. Ja, man schaut woanders, man entscheidet sich vielleicht für Network Marketing, man überlegt sich, man versucht einfach Alternativen zu finden, und man verliert vollkommen den eigentlichen Sinn, die eigentlichen Werte, die man hat, ja, aus der Sicht. Und so fragt man sich noch eine Zeit lang, was mache ich hier eigentlich, ja? Ich merke, wenn ich demonstriere, es bringt nichts, ja, ich stehe da, zwar verschaffen wir uns Gehör, aber es bringt ja jetzt dir in diesem Moment jetzt nichts. Selbst wenn du aufmachen dürftest, weißt du denn, ob es so weitergeht? Das ist ja auch nochmal so ein Gedanke, der vielen Angst macht, ja? Du stehst letztendlich auf deinem Punkt und dieser Punkt ist absoluter Stillstand, es bewegt sich nichts. Das Einzige, was sich um dich herum bewegt, wirklich fast wie ein Tornado sind deine Gefühle. Nichts anderes bewegt sich gerade. Du hast keine Ergebnisse, es tut sich nichts, es ist absoluter Stillstand. Und das führt viele Kosmetikerinnen oder viele Selbstständige in der Beauty-Branche auch gerade jetzt zur Verzweiflung. Diese Verzweiflung des Stillstandes, dass du nicht handeln kannst, der Unhandlungsfähigkeit, ja, der Hilflosigkeit, ja? Und jetzt fühlen natürlich viele, merken, okay, ich merke gerade enorm meine Schwachstellen. Ich merke, dass ich, ja, dass ich stillstehe und ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Und selbst wenn wir jetzt öffnen dürften, wie geht es dann für mich weiter? Und genau das sollte eigentlich ein Impuls sein, jetzt zu handeln und jetzt die Zeit auch zu nutzen. Denn die Zeit ist ein Geschenk, das wir bekommen haben. Und es sollten natürlich nicht mit Ausreden, Gejammer, Wut oder Zorn verbringen. Denn diese Gefühle bringen uns ja nicht wirklich voran, ja? Das ist absoluter Stillstand. Und so kann man zum Beispiel auch einfach sicherstellen, dass nach der Krise frische Kunden kommen, neue Kunden, dass deine Stammkunden zurückkommen, dass du einfach auch deine Wunschkunden bekommst, dass du dich einfach nochmal erneuerst, regenerierst, gerade jetzt in solchen Zeiten und einfach frisch startest, damit du eben diese Gefühle, diese Angst nicht mit in deinen Neustart nimmst und letztendlich vielleicht sogar die Folgen, dich einfach über diesen langen Lockdown auch dahin strecken, weil du einfach nicht gehandelt hast und weil du jetzt in einer Emotion gefangen warst. Und wir wissen einfach auch, dass sich die B-Branche verändert. Die Liquidität der Zielgruppen wird sich verändern. Gerade dann, wenn du auf die Masse statt Klasse Wert gelegt hast und du sagst, viele Kunden möchte ich haben, denn viele Kunden kaufen und viele Kunden bringen mir viel Geld oder viel Arbeit ist dann auch gleich viel Geld oder Zeit ist gleich Geld. Diese ganzen Denkweisen, die viele haben, die werden jetzt in Zukunft nicht mehr so funktionieren. Liquidität verändert sich am Markt. Das heißt, viele werden auch ihren Job verlieren. Es steht eine Pleitewelle bevor. Viele werden einfach die Liquidität nicht mehr haben. Und deswegen führt es natürlich zu einem enormen Absinken der Liquidität in den niedrigeren Zielgruppen, also zum Beispiel Low-Budget und Mainstream-Markt. Das wird dazu führen, dass eben Kunden Einsparungen vornehmen und nicht mehr zu dir kommen, zum Beispiel, weil sie einfach an der Distanz sparen müssen. Das heißt einfach auch, dass viele Verhaltensmuster, die vorher funktioniert haben, jetzt nicht mehr funktionieren. Das wird natürlich auch dazu führen, dass viele sich nach der Krise denken, denken, es wird alles besser oder hoffen, es wird alles besser. Und sie werden bemerken, dass es eigentlich ganz im Gegenteil ist. Sie können sich kaum noch halten. Also das heißt, das Gezappel, die Krise wird schlimmer, die Folgen werden schlimmer. Es wird letztendlich einfach absinken und du wirst in ein Loch fallen. So wie du jetzt auch schon in einem Loch steckst und das Gefühl hast, du steckst in einem Loch. Bloß, dass du dich auf diesem Loch ja irgendwann nicht mehr befreien kannst. Denn dann ist der Staat oder die Hilfen auch nicht mehr da, um dir zu helfen. Und da muss einfach jeder seinen eigenen Kampf kämpfen. Jeder muss eine Entscheidung treffen. Jeder muss sich überlegen, okay, möchte ich weiter in diesem Tornado aus Emotionen in mich befinden? Oder möchte ich jetzt einfach die nötigen Schritte einleiten? Schauen, dass ich vorankomme? Schauen, dass ich mich regeneriere? Dass ich mich vielleicht auch heute wie eine Schlange, dass ich einfach sage, nee, ich möchte das nicht mehr. Ich stoße das alles ab und ich beginne jetzt neu und ich gehe jetzt raus aus dieser Emotion. Ich fange jetzt an, umzusetzen und ich fange jetzt an, auch wie ein Unternehmer zu denken. Denn das ist das, was dich wirklich auch rettet und was vor allen Dingen auch dich danach rettet, nach dem Lockdown, dass du eben dann nicht mehr diese Folgen zu spüren bekommst, krisensicher bist, kein Problem mehr mit einem Lockdown hast, weil du weißt, was zu tun ist. Und genau solche Themen haben wir immer wieder in unseren kostenlosen Beratungen. Ja, auch jetzt ein Image zu überarbeiten ist ein sehr wichtiger Punkt. Viele sind da jetzt einfach auch auf einem Holzweg, ja, denken, okay, ich muss da irgendwie mich öffentlich äußern zu irgendwelchen Regierungsbeschlüssen. Und ja, vergraulen sich damit natürlich auch Kunden, die sagen so, was ist denn mit ihr? Wieso ist sie so in der Emotion drin? Meint sie vielleicht uns? Und da kann man sich einfach auch nochmal letztendlich reflektieren, ob das wirklich jetzt sinnvoll ist, sich da auch politisch über Social Media äußern zu müssen. Und ja, schau dich um auf unsere Website. Ja, wenn du auch sagst, für mich ist jetzt Schluss hier mit den Emotionen. Ich möchte jetzt wirklich handeln. Ich möchte mein Glück selbst in die Hand nehmen. Dann bewirb dich gerne auf ein kostenloses Erstgespräch. Füll deine Daten aus. Wirklich sauber, was deine Ziele sind, wer du bist, deine Situationen. Damit wir dich einfach auch besser kennenlernen können. Wir wissen, okay, wo willst du hin? Was sind deine Ziele? Ja, wie können wir das für dich möglich machen? Und dann spreche entweder ich oder einer unserer Experten mit dir. Und wir schauen demnächst, was wir möglich machen können.